Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge mussten wir einmal mittendrin sozusagen unterbrechen, weil das Ganze irgendwie viel, viel länger wurde. Und ja, uns wurde gesagt, wir sollen die Segel setzen. Zu einem neuen Kontinent, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das werden wir jetzt auch tun. Ich muss erst mal gucken, was überhaupt lang geht. Hier unten ist was angezeigt. Da. Du verlässt Lutera also wirklich? Ja. Du wirst hier jeden für immer als Heldin von Lutera im Gedächtnis bleiben. Das ist nett. Du brichst also wirklich auf. Bitte komm mich besuchen, wenn du jemals nach Lutera zurückkehren solltest. Dank dir habe ich einen neuen König gefunden, meine Familie beschützt und bin zum Anführer der Ritter geworden. Ich hoffe, ich kann mich eines Tages für all das revanchieren. Ja, kein Thema. Oh, mit dem müssen wir auch noch reden. Seine Majestät weiß schon von unseren Taten in der Grotte des heulenden Sturms. Unseren, ha? Also musst du das nicht noch einmal auf dich nehmen. Ha, ha, ha. Er war wirklich ziemlich überrascht von meiner Leistung. Also dann, du verlässt uns? Ha, ha, ha. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich, Karls, das edle Schwert von Lutera, werde immer an deiner Seite, äh, an der Seite seiner Majestät sein. Wenn du nach Lutera zurückkehrst, sollten wir herausfinden, wer das wahre Schwert Luteras ist, durch einen Kampf in der Prüfungsarena. Was war das? Hilfe! Ähm, ah. Bereit, die Segel zu setzen? Ja. Auch wenn ich traurig über diesen Abschied bin, so bin ich doch froh, dass ich dich verabschieden kann. Pass auf dich auf, alte Freundin. Wo auch immer du gehst, äh, Lutera und ich werden immer an deiner Seite sein. Du bricht also auf. Ich will auch reisen, sobald hier alles geregelt ist. Um gegen die Dämonen zu bestehen, müssen wir ganz Arkesia vereinen. Ich suche die Sternboten und... Jemand wird Amel finden müssen. Hm. Unsere Mission hat gerade erst begonnen. Das Licht von Regulus möge dir stets den Weg weisen. Lang lebe die Heldin von Lutera! Jungfernfahrt haben wir freigeschnellt. Äh, jetzt geht hier alles durch. Also, Y soll ich auf jeden Fall drücken. Keine Mannschaft an Bord. Okay, Y scheint nur um die Segel zu setzen. Einige Matrosen verfügen... Danke, dass man sich das alles so schön durchlesen kann. Ähm, Mannschaft. Ich denke mal, wir müssen erstmal eine Mannschaft machen. Sieh dir deine Mannschaftsliste an und passe sie an. Um es zu ersetzen. Hä? Hä? Juhu! Okay. Ähm, volle Mannschaft. Ja gut, wir haben halt keine andere. Das ist ja die eine, die sich uns angeboten hat, sozusagen. Ja, Segel ändern. Wir können... Ach, wir können die Farbe des Segels ändern. Ah, wie geil! Das ist das, das ist aber eher so bläulich. Okay. Also, das ist so Standardweiß. Wir nehmen rosa, damit fallen wir auf jeden Fall auf. Ähm, schade, dass nicht mein typisches Lila dabei ist. Sonst hätte ich das jetzt natürlich am liebsten genommen. Das Gameplayerin-Dealer, sozusagen. So, Skins können wir anscheinend nichts ansetzen. Doc, ich weiß nicht mal, wo wir gerade sind. Also, äh... Ich vermute, weil das ist immer noch der Hafen, wo wir rausfahren, eigentlich. Triporter, Segelsitz. Einfacher als erwartet, oder? Schiffe haben eine Schiffshülle, die beim Fahren abnimmt. Sobald die Schiffshülle einmal auf Null sinkt, können sie nicht weiter segeln. Mit den Grundlagen des Segels vertraut machen, oder was ist das? Tab, beginne, um zu segeln. Okay, also er nimmt nicht das, was jetzt auf der Karte ist. Folge den Anleitungen. Ich gehe jetzt erstmal da zur 3 hin. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Wechsle in den Doc-Modus und deine Schiffe, was auch immer. Achso, das ist also der Doc-Modus. Das ist schön, dass die uns direkt zum Riff hinführen. Schnellsegeln, Leertaste. Achso, muss ich einmal drücken. Okay, aber wir sind ja jetzt da, wo wir hin sollen. Kapitän, da drüben treibt ein Schatz im Wasser. Ja, wen interessiert das? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Du kannst dir Piratenmünzen holen oder deine Schnellsegeln-Leiste auffüllen, indem du im Ozean nach Treibgut suchst. Mit Piratenmünzen kannst du auf Handelsschiffen handeln oder neue Seeleute anheuern. Mit Schnellsegeln, Leertaste, bewegst du dich schneller. Wenn du dein Schiff nicht mehr selbst steuern willst, kannst du das Schiff mit automatisch Segeln Tee steuern lassen. Also mehr Schätze darf ich anscheinend nicht mehr holen. Weil hier nichts mehr zum Einsammeln steht. Da sind immer noch gelbe Punkte. Doch da darf ich jetzt was machen. Na, so richtig verstehen tu ich es gerade nicht, warum ich hier nicht alles einfach einsammeln kann. Manchmal kommt ein G, manchmal kommt kein G. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ich fahre jetzt mal weiter da oben. Sollen wir ja eh hinfahren. Haltbarkeit. Ich bin ja jetzt dreimal mindestens im Kreis gefahren. Das funktionierte ja nicht. Also von daher. Was hat das jetzt mit der Insel auf sich? Kann man da irgendwie anlegen oder so? Eben nachschauen. Anscheinend. Vögel zwitschern fröhlich. Das ist doch nett. Angedockt. Angedockt. Steine über dem Ozean. Okay. Äh, gibt's hier irgendwas? Nö. Außer seltsamem Wesen. Mungos und so. Na gut. War ein Versuch wert. Sagen wir es mal so. Ja, dann würde ich sagen, halten wir uns einfach an die Route, die sie uns hier vorgibt. Und vielleicht wird das ja später noch wichtig, dass man auf die Inseln kann oder, ich habe keine Ahnung. Seetang-Gebiete. Was soll ich mit Seetang? Oh, siehst du das? Das ist ein Handelsschiff. Vielleicht haben die nette Sachen für uns an Bord. Fahren wir mit Schnellsegeln näher heran. Ne, wir fahren einfach so heran. Nichts mit Schnellsegeln. So, guten Tag. Sei gegrüßt. Wir sind ein reisendes Handelsschiff voller seltener Waren. Okay. Da du und eine Kapitänin ohne eine Ahnung von dem rauen Meer bist, muss das hier ein recht neues Boot sein. Natürlich seid ihr ganzen aufstrebenden Kapitäne unsere zukünftigen Kunden. Hahaha. Wenn du auf dem Meer Piratenmünzen bekommst, was hältst du dann von einem Handel mit uns? Wir verkaufen hochwertige Materialien, mit denen du dein Schiff aufwerten kannst. Also, ich wiederhole. Wenn du zu einem Handel mit uns bereit bist, was benötigst du? Ich habe keine Ahnung. Seetang und Seegurke? Seeschneiden und Schneckenmuscheln? Was bitte? Ähm. Kann ich erst mal auf den Laden klicken? Jagdwerkzeug des Novizen. Nicht handelbar, aber kaufbar oder was? Achso, das ist hier... Ja, jetzt sehe ich es ja erst. Das sind die normalen Sachen zum... Kann ich eigentlich was verkaufen hier? Ich bin mir gerade nicht sicher. Habe ich hier irgendwas? Nutzlose Überreste. Die könnten wir nehmen. Ich glaube, das ist auch das Einzige, ne? Dann verkaufen wir das mal. Kaufen? Ja, viel hat der ja nicht. Das sind ja jetzt nur die normalen Sachen, die bei uns ja eh nicht mehr funktionieren. Ich weiß bis heute noch nicht, warum. Piratenmünzen, Eintauschkosten im Besitz. Im Besitz 2500 von diesen Münzen. Kriegslust. Eine Segelglüfe, mit der du das Segel deines Schiffes personalisieren kannst. Du kannst die Segelglüfe im Dockmodus ersetzen. Verfügbar, weißer Wind, Brahms. Habe ich keine Ahnung von. Ähm, Urteil, 10% Chance. Urteil, auf sich selbst anzuwenden, wenn man eine Fertigkeit trifft. Das ist aber alles nur, damit ich kämpfen kann, oder? Ewigkeitsessenz, mysteriöses Material, das aus konzentrierten Äonen besteht. Das heißt, dass es eins der letzten Spuren einer uralten, ausgeschirmenen Volkes ist. Gewährt bei Verwendung 1500 Karten-EP-Verstärkungspunkte. Wieso Karten? Achso, es ist ja eine Karten. Ja, okay. Alles Nötige für das Bankett an Bord. Ein Festmaler an Bord stärkt die Moral der Matrosen. Das ist immer gut. Äh, Eintauschkosten 10 Piraten nutzen will der dann, oder was will der? Was sind das für welche? Hochsee. Ein Soundcheck, der mit einer Jukebox. Also alles nutzloser Kram, den er hat, sage ich jetzt mal einfach. Na gut. Dann, äh, dann wüsste ich jetzt gerade nicht, wo wir hin sollen. Oder müssen wir jetzt irgendwas mit dem Tauschen? Ich will aber nichts mit dem Tauschen. Totoik, das ist wahrscheinlich das, wo wir hin müssen, oder? Und warum, was sind das hier für komische? Totoik's Küstengebiet in der Nähe. Triff dich mit dem reisenden Handelsschiff, dem Schiff der Gilde Tee und Waage. Das ist das hier. Habe ich mich aber schon nicht betroffen. Sei gegrüßt! Wir sind ein reisendes Handelsschiff, voller seltener Waren. Was benötigst du? Ich brauche gar nichts davon. Ich sage mal Seetang. So. Du siehst völlig okay aus. Ich wiederhole, es sind Piratenmünzen. Die Preise werden teurer sein. Darum genieße die Reisen über das Meer. Der Anführer der Gilde Tee und Waage mag dich wohl. Dank reisender Handelsschiffe wie seinem kannst du sogar auf dem Meer handeln. Tja, und weiter geht's. Ich habe gerade Null verstanden, aber okay. Oder was heißt Null verstanden? Äh, irgendwo, irgendwas ist irgendwo verschwunden. Weil es immer noch nicht durchhin muss. Fahre in den Hafen von Totoik. Das war doch das Ding hier vorne, oder? Hatte ich, glaube ich, eben gesagt. Er gründet den Kontinent. Wo kann ich jetzt hier anlegen? Das sieht alles so kaputt aus. Anlegen verfügbar. Wechsle nach Y. Segel setzen? Nee. Doch? Vielleicht? Hab das ja noch nie gemacht. Ich meine, ich muss ja erstmal gucken, was ich hier alles machen kann. Mit den Grundlagen des Segelns beginnen. Ja, best abgeschlossen. Wollte ich auch gar nicht. Ich wollte eigentlich nur mit der Story weitermachen, statt den Quatsch hier zu machen. Ähm, unten ist ein Ausrufezeichen. Da gehen wir jetzt mal als erstes hin. Oder ist das auch eine Quest? Das ist ja niedlich. Nein. Warum soll ich dir glauben? Du bist ein Kokomo. Ein Fremdling. Aber du. Die Mokoko? Die Kokomo? Was sind sie? Wie kannst du das nicht wissen? Das Wort Mokoko bezeichnet uns Zwerge, die in Tortokoi leben. Und Kokomo sind die anderen, die nicht zu meinem Stamm gehören, wie du. Verstehst du es jetzt? Oh ja, ich war auf dem Weg, meine Freunde zu retten. Aber ich überlasse das lieber dir. Geh und rette meine Freunde, ja? Dann werde ich glauben, dass du eine gute Kokomo bist. Die anderen Mokoko hier wissen besser als ich, wo sie sind. Oh Gott, das wird noch ein richtiger Zungelchen. Okay. Machen wir mal. Können wir die Dinge hier aufnehmen? Nee, ne? Nee. Seid ihr die Freunde? Oha! Mann! Ich stand doch eben noch bei ihm, oder nicht? Psst! Bitte sprich leise! Du sprichst... Äh, du bringst meine Ohren zum Klingeln. Mann, du hast mich zu Tode erschreckt! Ich bin schon ein nervöses Frack wegen der Piraten. Warte, Pastata hat dich geschickt? Wirklich? Woher soll ich wissen, wie lange die Piraten schon hier sind? Aber aus irgendeinem Grund haben sie die Insel geplündert und meinen Leuten führt. Sie haben auch die Felsenküste verwüstet. Wenn das so weiter geht, wird von der Felsenküste nichts übrig bleiben. Joa. Das ist so klein hier irgendwie. Moment, wir gehen erstmal kurz... ...da hinten hin. Ich brauch gar nicht reiten, ehrlich gesagt, weil mit drei Schritten ist das Ganze ja schon... So, dann haben wir den Tripotter auch schon mal... ...gedingst hier. Freigeschaltet. Wo ist denn die? Oh, ein Kokomo! Oh, du bist ja gar keine Piratin! Das ist eine Erleichterung! Diese stinkenden Piraten-Kokomo haben eine Karte benutzt und etwas gesucht. Nein, ich weiß nicht, was es war. Wäre ich da genug dran gewesen, um die Karte zu sehen, wäre ich auch von ihnen entführt worden. Meine Freunde, ich frage mich, wo sie sind. Oh, vielleicht kann Pokura dir helfen. Er ist der Schnellste von uns allen. Ich frage mich, wonach die Piraten suchen. Tja. Wie groß ist das hier eigentlich? Oh, das ist doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Ja. Ich dachte, das wäre nur der kleine Bereich hier vorne. Du willst Pastata helfen? Ich wusste, dass du anders bist, weil du so gut riechst. Was? Diese seltsamen Kokomo. Sie sagten, sie suchen etwas und nahmen meine Freunde mit. Als sie sagten, sie wüssten nichts, sperrten die Piraten sie ein und stellten Fallen um sie herum auf. Bitte, liebe Kokomo, hilf uns! Meine Freunde wurden verschleppt. Bitte, die Kokomo. Zwei Stück. Okay. Ja. Dann machen wir jetzt das, was ich am besten kann. Draufhauen. Er hat mir! Ja, kommt mal alle mit, bis ich wirklich gefunden habe, was ich suche. Oh, die schießen ja auch noch. Ah, da links sind die gefangen. Okay. Okay. Moment, das war gar nicht. Ich spreche mit Pepe, nur doch, das waren sie doch. Aber wieso steht der jetzt hier mittendrin? Ah, in Sicherheit. Danke, dass du mich gerettet hast, Kokomo. Aber mein Freund Mokamo hat die Piraten erzählt. Er wüsste, wo der Schatz ist, den sie suchen. Aber in Wirklichkeit weiß er gar nichts. Er hat das nur gesagt, um seine Freunde zu retten. Wenn sie das herausfinden, steckt Mokamo in Schwierigkeiten. Äh, freundliche Kokomo, sie haben ihn zu ihrer Basis auf der anderen Seite der Klippe gebracht. Ich habe von Weitem gesehen, dass sie etwas Rundes benutzt haben, um hinein zu gelangen. Ich hoffe, das hilft dir, Mokamo zu finden. Vielleicht gibt es hier in der Nähe auch so ein rundes Ding. Sieh zu, dass du eins findest, bevor mehr von ihnen kommen. Oh, dein Ernst? Kann man hier noch nicht mal... Das ist so bescheuert, ne? Jedes vernünftige Spiel lässt einen zumindest mal den Text hören. Und hier kommt man gerade raus oder ich bin unterbrochen worden. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Und schon sind die einen wieder am Angreifen. Das ist der mit den Leuten, die was länger brauchen zum Lesen zum Beispiel. Ähm... Mokosamen sehe ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ja, ja, ja. Hallo? Geht's noch? Ich bin doch gerade erst hier reingekommen. Wieso greifst du hier direkt an? Äh, verwende das Fernrohr, um die Lage im besetzten Gebiet zu prüfen. Wie muss ich das denn machen mit G? Ne, F5. Achso. Ach, da oben steht's doch. Oha. Ach, die kämpfen gegen die. Mhm. Okay. Äh, zerstöre die Ausgrabungsgebiete der Piraten. Fünf Stück Räume. Rot-Nebel besetztes Gebiet. Und, ja, was auch immer das heißen mag. Auf jeden Fall fünf von den Dingern da müssen wir zerstören. Wer ist da? Der schlimmste Albtraum. So. Komm, komm, komm. Hallo. Hallo. Machst du das mal? Ey, sonst kommen die immer alle sofort angelaufen im Umkreis von 30.000 Kilometern, ne? Aber wenn man's mal möchte, kommt hier keine Sau rüber. Also, da hinten sind noch welche. Also, das sind die Geräte auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ähm, ja, wo ist jetzt das Zielort? Das ist jetzt der Zielort, nicht das Zielort. Ah, okay. Wir sollten das hintereinander machen. Gut. Dann, denke ich mal, müssen wir das hier kaputt machen. Stellt euch doch einfach mal dahin, wo ich euch alle zusammenkriegen kann. Guck mal mit hier. Wer ist da? Wer bist du? Wer bist du? Okay, das war die falsche Reihe. Ja, jetzt lauf doch nicht weg, wenn ich jetzt extra... Gnade! Ich gebe auf! Du hast gewonnen! Die Karte? Oh, der Käpt'n hat sie! Er hat hier rumgestöbert und versucht, was zu finden. Und wir haben wirklich was gefunden. Du kannst es haben! Ha! Du bist auf den ältesten Trick der Welt reingefallen! Ich dachte, der macht sich jetzt riesig oder so oder heilt sich und der rennt weg. Okay. Ähm, ja. Kein Thema, kein Thema. Äh, achso, mit ihm müssen wir... Die sind so klein, ich seh die überhaupt gar nicht hier. Was steht denn da mit Aufheben? Ich schaffe ihn dann einen sicheren Ort. Das wäre dann wohl hier rechts. Äh, achso, ich kann ja gar nicht reiten. Wieso kann ich ihn nicht reiten? Weil ich noch in diesem Dungeon drin bin. Ach, das habe ich total vergessen. Ich bin ja innerlich schon fertig. So, jetzt kommt man mit hier. Nicht immer so bescheuert, so von allen Seiten drumherum. Dankeschön. So ist es viel angenehmer. Nein. Nein. Ah. Nein. Ah. Ein Triporta, ein Triporta. Sehr schön. Äh, da. Hä? Achso. Ich glaube, ich sollte die mal vergrößern, weil sonst kann man die ja gar nicht so richtig sehen. Das weiß ich selber noch nicht so genau. Zeige die leere Karte und erkläre es ihm. Wie soll ich das? Achso. Äh, wie immer F5, ja. Ja, wirklich. Sonst würde ich es nicht sagen. Beende das Gespräch. Heißt das, auf unserer Insel ist ein Schatz vergraben? Ah, das ist nur die Hälfte der Karte. Ich weiß nicht, wie man sie liest, aber mein Dorf überhaupt vielleicht. Du hast mich und meine Freunde gerettet. Du kannst sicher mit mir in mein Dorf kommen. Oh, aber Koko Mo, wie du, dürfen mein Dorf nicht einfach so betreten. Du musst dich erst auf unsere Größe schrumpfen. Das heißt, du musst roten Kaschusaft trinken. Warte, lass mich die Zutaten aufschreiben, die du brauchst. Etwas hiervon und das. So, das wär's. Nimm diesen Zettel und bring mir, was da drauf steht. Ich habe versucht, die Buchstaben so groß wie möglich zu schreiben. Aber wenn du sie nicht lesen kannst, nimm die Lupe. Ja gut, er schreibt natürlich sehr klein, weil er klein ist. Ist schon klar. Ja, dann würde ich jetzt aber erst mal sagen, dass wir hier erst mal einen kleinen Cut machen. Es fühlt sich wieder so an, als ob wir mittendrin einen Cut machen. Ich weiß, ich weiß. Aber wir haben das Gebiet ja jetzt gesäubert und beendet. Und es ist ja jetzt wieder ein neues Gebiet, wo wir dann hinkommen, wenn wir diesen komischen Saft da trinken. Deswegen, wie gesagt, hier einen kleinen Cut und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen willst, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren. Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.